In zwei Tagen ist Finale hier bei Promi Big Brother und heute direkt wird uns jemand verlassen müssen. Ja, aber dafür kann ein anderer der Bewohner mit diesem goldenen Finalticket direkt schon ins Finale einziehen. Ja, und die anderen Raumfahrenden haben die Hose voll, dann hat Erik da noch mehr Dauer zu machen. Ja, mein Gott, vielleicht kann er schon gleich mit bei Muttern in der Waschmaschine waschen, denn er ist genauso wie Marie und Danny nominiert für den Exit. Wollen wir mal? Ja, eine oder einer wird uns verlassen und ein zweiter Exit folgt zugleich. Von Daniela reagiert. Bis morgen.